Hallo, ich bin Emre. Ich mache meine Lehre als Informatiker fachrichtige Applikation bei Siemens und heute zeige ich dir meinen Alltag. Talent ist, mit dem, was man hat, das Beste daraus zu machen. Mein Hobby fürs Beispiel ist mein Lieblingslied, Still DRE von Dr. Dre. Ausserdem bin ich auch oft auf Instagram und Snapchat unterwegs. Wieso ich Informatiker geworden bin? Ich habe schon immer gerne mit dem Computer gearbeitet und einzelne Teile ausgetüttelt, aber auch ist es ein Beruf der Zukunft. Wir fangen bei Siemens am Morgen mit einer Teamsitzung an und je nach Modul und Ausbieter bekommen wir einen Auftrag. Was die Lehre bei uns besonders macht, ist definitiv die Atmosphäre, aber auch der Fakt, dass wir nicht allein sind. Wir haben immer eine Ansprechperson, aber auch sind wir eine grosse Mannschaft. Bei einem Projekttag arbeiten wir in der Gruppe und täuschen uns aus, wie wir etwas machen könnten. So Projekte können Sie z.B. ein Scherensteinpapier gegen den Computer oder ein Raspberry Pi aufsetzen und konfigurieren. Zum Mittag bin ich und das Team in Five Moons. Ich kann es mit den Nevenstiften voll gut und wir lachen zusammen sehr oft. Wenn dir der Einblick in meinem Alltag gefallen hat, dann zöger nicht lange und bewirb dich heute noch für die Lehre als Informatiker bei Siemens. Ich kann es mit den Nevenstiften vollkommen. Ich kann es mit den Nevenstiften vollkommen.